Guten Tag, ich bin da. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Zagboy A Big Adventure. Hallo zusammen. Hast du deine Ohren geändert? Meine Ohren sind immer noch meine Ohren und geh weg, du Alte. Ich meine, du hast die Farbe geändert. Nein, von meiner Jacke habe ich was geändert. So, hier sind wir stehen geblieben. Auf die Yetis, fertig, los. Ich befürchte irgendwie schrecklich. Lass es uns mal versuchen. Aua. Du hast mich da reingehauen. Das finde ich nie nett. Ebene der Wunderwanderer. Warum funktioniert das nicht? Was müssen wir hier tun? Hilfe. Die Yetis guckt an die Kohlen da rum. Ja, was sind das eigentlich für Fücher? Wir werden alles sterben. Angry Birds? Frische Verschnitzer? Also die Gesichter sieht aus wie Angry Birds. Ich glaube, das ist gut. Warte. Ich bin schon mal weg. Oh, scheiße, wir können ja gar nicht reinmachen. Was müssen wir denn machen? Warte, wiederholen B zum... Aua. Oh, ja, das ist toll. Aber wofür? Sollen wir jetzt mitrollen oder was? La, 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 la. Und jetzt? Ich kann doch nicht da reinrollen. Die sind so schnell. Oh. Aua. Die sind echt so schnell. Na, warte mal. Müssen wir da vielleicht reinrollen? Achso, da müssen wir reinrollen! Na! Tatsächlich! Wo geht's denn jetzt hin? Ach, scheiße! Jetzt machen wir Ping-Pong! Wieso bin ich jetzt rechts? Na, 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 na! Schießt er? Wir haben ihn aufgepupst! Gehen du die? Man braucht nur stehen bleiben, das hilft auch! Nein, nein, ich will... Achso, ich wollte dir das Ding geben! Warte, warte, warte! Na? Nein, ich komme nicht rum, ich komme nicht rum! So, die Dinger kann man nicht... Ja, ich kann die Typen gar nicht kaputt machen damit! Ey! Aber die! Scheiße! Komm mit! Ich bin gleich kaputt! Vielen Dank! Ja, danke! Das war deine Bonus, weil du nicht mitkommen wolltest! Ja, ich wieder! Ja, ich hab gesagt, komm mit! Nicht da rein springen! Warte, 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 warte! Ah! Danke! Das hab ich nicht gemacht! Nein, du hast mich nur voll weggedrückt! Aber das warst du nicht! Nein! Äh, ich weiß schon, dass du springst? Warte mal, helf! Ach, Angriff-Taste oder wie? Nein! Das nennt man keiner! Genau! Aber die kannst du trotzdem angreifen! Achtung! Auf jeden Fall! Nein! Also so nicht! Okay! Das war ich jetzt auch so, das weißt du selber mal schuld! Also mit Kugeln hast du's nicht so, ne? Sag's gerade du! Die haben mich mehrfach weggedrängt hat hier! Und wo muss ich jetzt hin? Den erstmal kaputt machen! Ja, aber ich kann doch mal zurück... Dann musst du eigentlich da oben hin! Aber wie kommst du da jetzt aus? Das ist die Frage! Jetzt hab ich dich geholt! So, ich geh jetzt da nicht rein! Dann hau mich mal! Oh, warte mal! Hier links kannst du doch nochmal! Äh, ach so! Warte, 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 warte! Dann müssen wir dann wahrscheinlich aber als Kugel auch rein! Nein! Das geht nicht! Nein! So! Das geht auch nicht! Auch wenn würde ich die da hinten haben! Aber dann kommt ich dann hoch! Hu! Hey, wie bist du da rausgegangen? Äh, mit der oberen rechten Taste! Oh ja! Warte, dann lass uns mal da rein! Äh, wir hätten aber links gemusst! Aber den anderen hätten wir auch noch gemusst, ja! Wolltest du ja nicht! Lass mich hier rein gedrängt! Oh! 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 Habe ich mich gerade erschrocken! Yo! Kommt der runter? Der kann nicht runter! Ja! Ja! Hu! Ja! Ja! Haus! Aber ich habe die Zeit noch genutzt mit den Tüchern. Aua! Warte, Achtung! Ey, du hast mich nicht getroffen. Du bist so ein Arsch! Scheiße! Schieb der mich hier zurück! War da unten nicht auch noch was klar? Bin mir nicht sicher. Nein, da war's. Aber hier kommen wir in... Geh weg von meinem! Hier können wir in drei Dinger gehen. In drei Löcher. Achtung! Ja, aber das nehme ich nur mit. Pass auf, da werden wir jetzt kaputt gehen. Oh, hier sind wir gerade rein. Dann müssen wir aber gleich noch mal in die anderen gucken, wenn man zurückkommt. Ich fütze... Oh! Ich dachte gerade, das ist sowas. Ich trinke gerade mal den Gong. Oh! Ach, den müssen wir, glaube ich, fü... Aua! Den müssen wir füttern, oder? Der sieht nämlich so hungrig aus. Hallo, nimm das! Äh, ich bin weg! Wo bin ich? Hallo! Hallo, der hat mich gefuttert! Wirst du mich veräppeln? Nein! Aua! 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 Nicht rausgehen! Kommt da noch mehr? Ist das untenbasiert gerade gewesen? Hey! Hallo! Ich habe viel mehr gemacht als du! Nein, hast du nicht! Du geierst ja schon wieder darauf, meine Sachen zu kriegen! Nein! Nein! Überhaupt nicht! Yippie! Geht schneller als du! Haha! Warum kommt man da nicht rein, doch? Ah! Ach so, ich verstehe! Wir haben gewechselt! Mach nur mal! Mach nur mal! Ach so, der geht rum! Ja! Au! Das passiert, wenn man nicht guckt! Oh mein Gott! Oh! Wieso? Springt die nicht? Ja, geil! Jetzt springt sie, aber... Geh mal da schnell hoch! Danke! Willst du die unten auch noch holen? Warte mal, welche meinte ich? Ja, da waren noch ein paar unten links! Hier, ne? Da, ne? Aber geh du mal da hin! Du kannst das besser mit dir da! Ne, jetzt sind... Ach so, das waren nur diese Zeit... Ja, wahrscheinlich... Ach so... Ich finde das so geil, dass das so aussieht, als ob das alles... Äh... Als ob das alles Stoff und so ist, ne? Das fand ich ja damals schon so geil bei LittleBigPlanet immer... Ja! Warte? Ah! Oh! Ich geh weg! Scheiße! Und ich geh noch so schön extra da hin! Aber es gab nix, oder? Was war denn das jetzt? Nein, ich bin tot! Aua! Schnell weg! Oh! Ich bin ganz tot! Ich geh mal auf so ein Ding da oben! Oh! Oh! Oh, war das krass! Kannst du da reingehen? Ne, das ist... Ne, links rüber! Du kannst doch rüber gehen! Ah, hol mich erstmal! Du willst doch nochmal zurückgehen! Guck mal mit! Was heißt zurückgehen? Guck mal mit! Wo willst du denn da hin? Warte, ich zeig's dir! Wie willst du da jetzt wieder zurückgehen? Nein! Och Mann! Sag ich doch, wie willst du da jetzt wieder zurückgehen? Ja, da, hier! Oh! Hier, komm mal mit! Ja, ja, geh nochmal ein Stückchen! Also soweit, bis das Bild eventuell nicht mehr... Ja, 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 versuch mal! Noch ganz rüber! Ach, da geht noch mehr! Jetzt noch mehr! Oh ja, warte, ich bin... Du bist ganz schön ganz verschwommen! Aha! Uh! Ja, du hast das cool gemacht! Ich bin am balancieren! Hier, komm! Ja, toll! Jetzt komm! Oh, oh, oh! Mach das nicht nochmal! Uh! Scheiße! Ich muss aber hier oben in Sicherheit erstmal gehen! Und so? Nee, das geht nicht! Roll, dann bist du schneller! Rollen, rollen, rollen! Aber warte, hier unten? Geht das hier noch weiter? Ja! Da kann man was ziehen! Nein, da ist... Weil ja da hinten, da müssen wir ja komplett weiter, ne? Ah! Scheiße! Mach doch nicht so viel! Ich sehe nichts mehr! Wie mach doch nicht so viel! Muss ich doch kaputt machen! Was weiß ich? Ich will da rein gehen! Doch! Ich hab alles kaputt gemacht! Ich geh jetzt in den Reißverschluss! Oh, oh! Perspektivenwechsel sind mir schlecht! Warum sieht das nicht so viel besser aus? Nein! Jetzt kommt der Rollner Yeti! Das kenne ich doch vom... Das ist doch nicht heuer! Indiana Jones! Ah! Scheiße! Renn weiter! Wo ist uns rein? Oh, fuck! Oh, der kommt ja auch noch durch! Denk doch, du kannst rollen! Nein! Rollen! Rollen! Nicht überrollen lassen, Schatz! Rollen! Hallo! Ja, es klingt aber nicht, weil der vor mir war! Der hat mich blockiert! Deswegen springen... Na? Na? Also, bei mir schwarz! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wie es bei Cheek war! Ja, bei mir auch! Ah, jetzt! Jetzt roll endlich mal! Oh! Wie kann man auf den Kopf springen? Nein! Oh! 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 Ich Bin tot! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! omma! Jetzt springen, Mann! Nein! Wieso klappend die nicht? Das ist nicht euer Ernst. Die sollen laufen und springen. Die sollen da nicht festlegen bleiben! Oh! Ey! Tommk! Hihihi! Das ist geil! Oh! Eh! Keep jemand spankind cool! Oh! Nein, 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 wieso rutsche ich da? Trotz Rollen kam ich noch weiter. Nein, ich bin verlockt worden. Ich wollte gerade noch sagen, denke, die Löcher. Das war zu schnell. Das war einfach zu schnell, der Spiel. Mir fällt aber gerade was anderes auf. Wo sind unsere unendlichen Leben die nun? Die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, das ist doch scheiße. Müssen wir alles immer für vorne machen. Komm, schneller, ich bin schnell für dich. Jetzt komm endlich. Was war das denn? Was machst du da mit mir? Hör auf damit! Womit? Meine Fresse, ich muss die Belohnung holen. Und das auch. Oha! Kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit zu rauen, damit du die Punkte kriegst? Ah ne, ist doch schon zu Ende, dann haben wir was. Aber viel nicht. Da! Und da! Und da! So! Ey, beim Rollen, das ist unfair. Da kann ich mich nicht bewegen. Ey! Ey! Ey, ich war am Tanzen! Blöd Mann! Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Unverdient, aber besser. Und das, obwohl du mir bei jeder Gelegenheit versucht, dass meine Sachen wegzunehmen. Nein, ich bin so oft gestorben. Ich bin so oft gestorben. Ich bin so oft gestorben. Das war das Problem. Muss ich drücken? Achso. Wir haben nicht eine Kugel. Ja, aber woher hätten wir denn da rumgekonnt? Oder hätten wir doch noch unten rumgekommen? Ja, diese eine Seite, die wir nicht genommen haben. Hm. So, jetzt warte mal eben. Vielleicht kann ich mich wieder nicht bewegen, wie immer. Bonuslevel. Was jetzt? So, hier haben wir noch ein neues. Strickritterprüfung. Oh, oh. Ja. Du weißt, dass wir die Strickritter sind? Wir stricken. Du willst stricken? Willkommen im Strickritter-Trainingsbereich, wo mutige Sackfiguren ihre Weltrettungsfähigkeiten verbessern und lernen, wahre Helden zu werden. Sammle einfach die Energie, die frühere Ritter in der kunstvollen Welt hinterlassen haben. Und du kannst neue Herausforderungen freischalten. Ah, ich habe hier auch trainiert, als ich noch ein frisch gestricktes Hack-Girl war. Der beste Weg, um sein Potenzial zu erkennen. Aber es wird nicht einfach. Also, viel Glück. Da steht Prüfung 1, Yetis kommt Sticke. Das hört sich nicht nett an. Nein. Die sind zeitbegrenzt, steht hier. Ja. Oh Gott. Oh nein. Ich will wieder weg. Ich will wieder so ein Level. Können wir das wieder beenden? Ah ja, das sind die... Ja, das gehe ich doch noch von... Nein. Es war so klar, dass wir dann auch noch gemeinsam sterben. Gemeinsam in den Tod. Hat schon mal gut funktioniert. Ich glaube, das Level ist jetzt zu Ende. Das war ja sehr lange. Echt? Oder der braucht nur so lange. Aber das liegt nicht an Steam. Also, Steam lädt sehr schnell. Also wenn, dann ist das diese Scheiße da von Epic, die da irgendwie dazwischen kommt. Also, Marc, wir müssen mal warten hier vorne. Warte mal. Oh ja. 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 Kann ich gar nicht besser sagen. Oh. 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 Nein. Doch. Oh nein. Ich bin falsch. Oh. Wir müssen nach links. Nein. Ich bin auch falsch. Du kannst noch. Nicht mehr. Nein. Oh. Die habe ich nicht gesehen. Nein. Bleh. Ah, Scheiße. Oh Mann. Also, das ist definitiv schade. Nein. Ey. Ich hatte einen runden... Ne, ich hatte keinen runden Geburtstag mehr. Aber, ne. Ich meine, ich bin zu alt für so einen Scheiß hier. Nein. Ich bin gesprungen. Sie sind erst nicht an. Ich konnte da nicht hoch. Ach, ich hätte noch weitergemusst. Oh Mann. Darüber. Nein. 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 Oh. Im Sprung kannst du natürlich nicht anhalten. Ne. Aber ich weiß jetzt, wo es hergeht. Das habe ich ewig ganz gerafft. Ich muss immer den Schrägen ausweichen. Was einem natürlich nichts bringt. Dieser Kind. Hups. Oh, nein. Ich bin abgerutscht mit dem Finger. Geht nix. Ich glaube, das hat man an meinen Knacken gerade gehört. Rechts ist Zeit, Zeit, Zeit. Spring da hinten drauf. Nein. Oh. Die sind immer abwechselnd. Oh, nein. Rechts war das Ziel. Willst du mich? Willst du mich? Will ich? Also nicht, ob du mich willst, ne. Da weiß ich ja, dass du immer nein sagen würdest. Oh, lauf, 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 lauf. Ich spiele schon wieder mit Daim. Das ist so ätzend. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin ja öfter. Sie sind immer wieder. Oh. Ich bin hierher. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ey, ich konnte gar nicht reden jetzt grad, ich war gerade so... Chaka chaka lecker, chaka chaka lecker, yeah! Ich kann nix ändern, ich muss mal machen, na toll! Bitte lächeln! Du bist ja grün und gelb! Ja! Du siehst irgendwie hässlich aus! Nein, ich seh gut aus! Nein! Doch! Ich hab so viel komisches gegessen, deshalb bin ich so grün! Mir ist kurz übel gerade! Ja, mir gerade auch! Sieh mal an, du holst Silber! Sehr gut, wirklich! Hast Gold! Ich war gut! Können wir nicht eins weiter runter jetzt? Musst du nicht drücken irgendwie was? Warte auf Fuß, sagst du jetzt! Schwungtheorie? Oh! Hä? Das ist Prüfung B! Warum machst du denn jetzt noch ne neue Prüfung? Es waren doch 15! Oh scheiße, kann ich nochmal zurück? Huh? Wie hast du das gemacht? Äh, mit Halten! Weck mich! Wieso hast du ne Liane? Ja, das kenn ich vom Alten! Das war jetzt nicht so! Nein! Wieso nimmt er das nicht an? Wieso nimmt er das nicht an, wenn ich oben festhalte? Weil du ohne mich was machst! Oh! Also, rechts unten die Taste! Oh! 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 Das war jetzt aber... Das ist perspektivenmäßig richtig Mist hier. Gut, das ist jetzt natürlich auch zeitmäßig total. Was machst du? Ich weiß es nicht. Ich merke es. Nein, ich komme da nicht hoch. Nein, warte mal. Ja, so kriegen wir nicht mehr Zeit. Ich kratze das gerade nicht, Mann. So kriegen wir es nicht. Ja, wenn ich es nicht verspreche. Springen, springen. Jetzt geh, mach weiter von mir aus. Ja, ich komme hier oben nirgendwo hin, wenn du unten nicht kommst. Dann bin ich tot. Ja, toll. Das haben wir nicht erwischt jetzt. Ähm, ja. Ich konnte nichts sehen auf der Seite. Oh, okay. Ist das die Zielgerade? Ja. Nein. Hä? Ja, du musst springen. Glaub ich. Also auf jeden Fall festhalten. Ja, du mach doch mal. Oh. Oh. Äh. Äh, okay. Was ist das für ein System, bitte? Hallo. Hallo. Langsamer. Ja, das ist ein Jump'n'Run für Kinder. Vergiss das nicht. Was ist das? Hallo, was ist das? Ach, die Zeit ist gleich zu Ende. Kann das sein? Äh. Nennt man dann wohl Fail? Zeitlicher Fail? Du hast dich auf jeden Fall gut angehört. Nein, du hast mich an deinen dran gemacht. Und dann war ich tot. Wie soll ich dich denn an meinen dran machen? Ja, man kann dich verbinden. Nee. Doch. Wie soll das denn gehen? Ich hab aus Versehen auf Springen gedrückt. Ich weiß. Oh Mann. Weil du kannst auch noch weniger. Ey, ich war so gut gerade. Alles nur, weil du mich da nicht genervt hast, weil ich immer mit deinem spiele. Meiner ist ja auch schöner. Versteht das schon? Ja, scheiße. Scheiße. Das war ich nicht schuld. Du bist unbedingt da rumgesprungen. Äh. Wo komme ich jetzt aus? Oh, scheiße. Okay. Dann musst du vorher abspringen. Nein. Vorher abspringen. Nein. Warum nimmt die das nicht? Das ist aber echt ein Scheiße. Ich bin in der Unbe. Hallo. Was war das denn bitte? Ich glaube, Tag. Oh. Wo bin ich denn hier? Ja, du springst mir auf den Kopf. Das machst du nicht. Was? Nein. Oh. Ich raff das da in die. Oh nein. Oh. Oh. Das ist ja soweit noch okay, aber gleich wird das nicht. Da fliegst du nämlich automatisch da drauf. Und das nimmt der dann nicht mehr an, wenn du dich dann festhältst. Da auch. Sofort, wenn du kannst, lasse ich los. Und der geht aber oben nicht ran. Wie oft müssen wir das jetzt noch machen hier? Ich finde die Prüfung doof. Da kann ich wieder so lang machen, aber wenn ich von der anderen Seite komme, kann ich das nicht so lang machen. Oh. Bist du da? Ja. Hey, wir sind zusammen bis hier. Ja, nimmt der wieder nicht an. Nein, der hat mein... Ach, ich hab doch Sprung gemacht. Ja, wenn du oben bist, musst du eigentlich nochmal springen, nehme ich mal an. Ja, sicher, ich war aber nah genug dran. Aber wir werden besser. Sagte sie. Ein verrecktes Wort. Nein, jetzt hab ich nicht auf Sprung gemacht. Ich hätte... Was war das denn jetzt? Das war jetzt aber nicht die Zeit. Ach komm, ja. Ich wollte gerade sagen, das geht jetzt fast nicht. Das geht jetzt nicht, ne? Kamikaze. Kamikaze. Geht's noch? Komm mal. Oh. Nein, nein, nein. Nein. Wieso springt die nur so wenig? Willst du mich? Ey, das ist nicht dein Ernst. Weil ich zu viel abgesprungen bin. Och, Mann. Also, uh, 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 ich bin schon wieder mit deinem Spiel. Wenn das jetzt zu viele Versuche sind, dann werde ich das auf jeden Fall cutten. Und werde jetzt nicht 20 Versuche oder so zeigen. Wo kamst du denn jetzt her? Mit deinem Laserschwertding da. Nein. Ey, du hast dich an mir festgehalten. Das ist aber nicht die feine Englische hier. Hä? Ach, komm, ey. Was war denn das? Ach, ich bin unten. Ja, aber wieso? Du bist da unten gebackt irgendwie gerade. So ganz komisch. Oh. Oh, was war das? Oh, ey. Nein. Ja, ja, ist gut, ist gut. Doch, du bist das. Ich war mir nur nicht sicher, ob du da warst. Deswegen habe ich jetzt noch eine extra Runde. Ich bin tot. Wo bist du? Obwohl ich in das Loch unten gegangen bin. Ja, irgendwie. Das war jetzt ganz komisch. Du warst doch eigentlich da, wo du... Ja, ist ja gut. Wo muss ich denn hin? Scheiße. Nein. Oh, wieso komme ich da nicht ran? Können wir mal kurz Pause machen? Warte mal eben. Du läufst gerade in die falsche Richtung. Aber wir müssen doch... Hallo, schon wieder? Was hast du immer mit mir? Du magst das Geräusch anscheinend immer, wenn du auf mich drauf springst. Ja, weil du immer auf meinen Kopf landest. Danke. Was machst du denn hier? Das weiß ich noch nicht. Boah, ist das keine Scheiße. Ach nee. Warum lässt du los? Boah, das war jetzt aber... Boah. Nicht so geplant. Wie willst du das eigentlich innerhalb von einer Minute durchkriegen hier? Ach, du musst, glaube ich, einmal da hoch, ne? Sonst hast du das Ding oben nicht erwischt. Ja, wegen dem Pumpen. Ja, wegen dem Zeitsachen. Boah, komm schon. Ich mein, selbst wenn du noch so perfekt springst und... Hallo? Wie sieht das denn? Ist das denn länger... Ne, ich kann's aber nicht länger machen. Das geht nicht darüber. Ja, du springst nicht zweimal. Du musst zwar doppelt drücken. Ich hab sogar dreimal gedrückt. Ja, das ist super. Super. Mach es doch selber. Nein. Boah, wie war... Was war denn das gerade? Hä? Wieso hast du mich jetzt da runtergeboxt? Nein. Es war Zufall, dass ich nach oben am Schwingen war, du von hinten ankamst und ich auf einmal nach unten gefallen bin, um ihn loszulassen. Was macht der denn hier? Oh nein. Kriegst du es so hin? Nein. Nein. Ach, warum hält der das denn? Aber ich finde, wenn du den Schwung weg hast, ist es echt blöd zu springen. Ja? Warte. Was machst du da? So, jetzt mach mal, was du da machst. Hm? Ja, aber ich war da oben drin. Warum springst du auf meinen Kopf? Nein, ich war da drin. Nee, du warst auf meinem Kopf. Nein. Ach, Mann. Egal, wo ich das mache, der springt mit Doppelsprung nicht da hinten hin. Ich wollte dir das zeigen, aber der hat das nicht gemacht. Ja, du bist auf meinen Kopf gesprungen und dann bist du runtergefallen. Ich will nicht mehr das jetzt machen. Wieso machst du das immer auf meinen Kopf? Komm, wir können ja sagen, das ist der erste von drei Versuchen. Sonst versuchen wir das später nochmal. Das ist ja gelogen. Nein, ich meine, das ist der erste von drei Versuchen, den wir noch machen. Das meinte ich jetzt. Ja. Dann werde ich ihn überwürfen. Ich schaff das jetzt. Das war aber knapp. Ja, das war alles gekund. Das ist ja keine Ahnung davon. Das war knapp. Hallo? Ich hab schon gegriffen. Was war denn das jetzt? Ja, das war jetzt scheiße. Ja, ja, ja. Und ich hab noch gesagt, pass auf, ich schaff das jetzt. Ja, was hab ich in deiner Hand? Nice. Du hast auch schon eine Kralle. Wie, äh, äh. Wieso darf ich damit nicht mehr tanzen? Nein. Das ist meine Kralle. Ja, scheiß drauf wegen Bronze. Hauptsache... Nee, wir haben sogar noch Silber erreicht. Oh. Wow. Das hat sie gut gemacht. Oh, ey. Das kann man auch besser alleine machen. Das war ein Ding, was man besser alleine machen konnte. Am Ende hab ich gedacht, so, jetzt hast du verkackt. Irgendwie kurz bevor ich oben am Ziel war, hab ich gedacht, nee. Ich will jetzt nirgendwo reingehen. Ich will nur mal kurz gucken, was das jetzt ist hier. Bestanden mit einer Silberpunktzahl. Ich bin beeindruckt. Ach so. Guck mal, du musst drei von diesen anscheinend machen. Bis eh geht das. Damit du dann drei Punkte da bekommst, damit du das nächste machst. Ach du Scheiße. Das ist ja irre lang. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne mit der Story erstmal weitermachen. Ich auch. Ja. Deswegen. Da kann man ja wahrscheinlich immer wieder hingehen. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal so einen schönen Cut machen. Gerade frisch aus einer mehr oder weniger unmöglichen Prüfung. Und jetzt hau mich nicht immer. Hau lieber die anderen Sachen, die wir hier... Ich komm mir gar nicht runter. Was ist denn das? Hä? Weil du nicht springen darfst oder was? Darfst du auch nicht fallen? Oder... Ich muss es jetzt nicht verstehen. Ach so. Oh. Entschuldige. Ich hab vergessen, dass du dann stürzt. Ich find das so geil. Siehst du das? Ich sterbe nicht. Nein. Siehst du das hier? Ja. Ich find das so süß. Also mit den Bildern. Das passiert übrigens auch, wenn der Epi sich auslockt und ich noch drin bin. Dann musste ich zuletzt so drüber lachen. Mit diesen Bildern werde ich mich erstmal... Du kannst das steuern. Ja, ja, weiß ich. Und da musst du A drücken, wo du hinfallen willst. Nein. Es sei denn, hab ich so ein bisschen an WoW die Zeit umgekommen. Oder erste. So, das war so klar. Also mit diesen Bildern, wie er mich misshandelt und ich total traurig dreingucke, werden wir diese Folge erstmal beenden. Ach, ich kann ja nicht ausweichen. Nein. Der Epi will mich weiter misshandeln. Ich hau jetzt ganz schnell ab und hoffe, wir sehen uns so einigermaßen gesund auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich hab's. Ich kann's nicht malen. Nein. Äh. Ah. Was war das denn? Das war ein Schlag auf dem Hintern.